Ich hab eins! Let's go! Ja! Let's go! Du wart zwar auf Mikos Opfer, aber ja, wir haben gewonnen. Danke, Mikko. Danke. Also irgendwie hat er mich komplett in Ruhe gelassen. Ich glaub, der hat gar nicht mitbekommen, dass wir da zu zweit waren. Ich dachte, der hat mich gesehen. Vor allem, der kam so letzte Sekunde noch auf mich zu. Ich dachte mir so, scheiße. Aber da stand noch zwei. Hast du auch eins gemacht, oder was? Ja, ich hatte auch eins gemacht. Das eine, was Mikko und ich hinten angefangen hatten. Dann sind wir weggelaufen davon. Da hatte ich das noch schnell fertig gemacht, weil da nicht mehr viel gefehlt hatte. Dank immer Glück. Ich hab nämlich in dem Moment auch eins durchgezogen. Ja. Ich kann Hunter sein, come on. Wie ist das? Ich lehne da auch noch ab. Okay. Ich weiß nicht. Ich muss los. Ach! Die Dab Essen Was Wasn't It's not Ah, ohne das Versteck. was nicht in dem See? auf dem See ist mir scheißgal in dem See ist ein bisschen schwierig, oder? deutsch würde es zulassen, dass es funktioniert Underwater Underwater yes, I don't know meines funktioniert eigentlich jetzt habe ich verkalkt was machen wir jetzt eigentlich? das mache ich äh, ja ich kicke einfach schnell da raus und dann suchen wir bis er wieder da ist entweder er geht von alleine raus ich weiß nicht, ob ist er noch da? ja, noch ist er da nicht gleich ein Kick und er ist mit nach dem Scheiben das wäre blöd ich frage mich, wie oft ihr euch noch gegenseitig versucht ins Bett zu schicken also Shadow versucht mich grad gar nicht ins Bett zu schicken ich glaube das ist grad so ein einseitiges Ding ja, das stimmt letztes Mal war es auch wo er dich versucht hat ins Bett zu schicken ja, aber wer war am Ende im Bett? richtig, ja was hat er jetzt? was, was wird das? was wird das? ich glaube er ist weg ja also grad ist nur weg, weil ich ihn gekriegt habe ich hoffe er war nicht da sonst würde er auch nicht sein wahrscheinlich jetzt kriegst du auch mal Punkte ja endlich und wir haben wahrscheinlich wieder irgendeinen dummen Hunter der nichts kann ja Samuel Samuel L. Jackson let's go du hast das L vergessen hab ich doch gesagt Samuel L. Jackson komm 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 scheiße ich hab nen Scheiß-Kaltär der sieht so riesig man für die Map ich kann mich nicht mehr hinter den, hinter diesen Dingern verstecken lass ihn mal durchziehen ich glaub wir sind so schnell fertig der Arme kommt der wird es nicht mal zu uns schaffen ja ja lass dir dritt bleiben ja nicht weiter nicht weiter nicht weiter nicht weiter andere Richtung da wollte es uns direkt in ne Falle locken das ist gebrochen wir nehmen das Teil einfach ja ganz schnell ganz schnell jetzt ist das eh auch nur zu dritt gammeln holy shit das wird angezeigt und es ist direkt schon wieder fertig und weiter er kommt ja ich lauf direkt in ihn rein das ist auch toll ich bin beim nächsten bei welchen bei Miku ist auch hin da wo du grad hin rennst gut er läuft einfach in die andere Richtung wo läuft der hin wo läuft der hin der kommt immer zum nächsten come on vorm Haus oder hin äh einfach das was jetzt hinten ist ich glaube der hat innerlich aufgegeben das ist aber auch so unfair wir sprechen uns einfach alle zu dritt ab ja er kann eigentlich nichts machen ja und so easy bekommt man Punkte in diesem Modus kein Rebell wurde gefangen ja ich hab Punkte bekommen 1.000 Punkte ne 1.300 3.000 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 4.000 5.000 5.000 5.000 Jetzt haben wir die ganze Zeit die Möp. Das ist Pech. Ich glaub, ich mach gleich wieder einen Möp-Wünscher. Wollen wir einfach die ganz große Möp nehmen? Ich glaub, die ist eben los für den Hunter. Ja. Vor allem, wenn wir zu dritt die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Und uns die ganze Zeit absprechen. Ich bin ganz hinten, wo wir am Anfang waren, also wo wir als letztes waren, meine ich. Wo wir als letztes gemacht haben. Okay, der Hunter kommt direkt auf mich zu. Aber nicht gerade. Ist irgendwie aber keiner da. Ich repair einfach mal. Richtig mal, der läuft einfach komplett. Doch, Mikos dann. Der weiß einfach, wo ich bin oder so. Halt den aber auf. Ich und Möp, wir machen das schon. Ja. Warte, warte, warte. Du musst einfach nur überleben. Ich lauf grad vor ihm. Oh scheiße, ich bin zu euch gelaufen. Er läuft in die andere Richtung. Wir sind jetzt vor dem Haus auf der rechten Seite, sag ich einfach mal. Warte, bist du? Komm. Da ist der Hunter, da ist der Hunter, da ist der Hunter. Da ist der Hunter, da ist der Hunter. Da kommt zu euch, da kommt zu euch. Da kommt zu euch, da kommt zu euch. Och nee. Ich hab mich grad so noch bekommen. Egal. Das war ne gute Ablenkung. Ich geh das letzte noch schnell reparieren. Oder ne, der gammelt bei mir. Der will mich instill wiederhanten. Ich könnte noch ein bisschen Ablenkung gebrauchen. Wäre sehr nett. Mach ich. Weil ich komm mir nicht weg. Wenn ihr die ganze Zeit jetzt hier davor gammelt. Ja, das ist doch ein Arschloch-Move, man. Okay, er geht weg. In der Zeit mach ich das, was wir vorhin gemacht haben, Nico. Mhm. Was? Die Ciao da hinten renn. Renn. Ciao, renn. Ich renn, ich renn. No. Ich versuch's zumindest. Nein. Okay, okay, okay. Mach das schnell fertig. Nico, wo bist du? Ich bin beim ersten, was wir als erstes gemacht haben. Ich lauf grad nach hinten. Kannst du da zufällig hin? Okay, der Hunter ist dämlich. Der bleibt bei mir. Schei. Dieser Hunter ist dämlich. Und ich war auch dämlich. Aber dieses Ding hier ist kurz vor fertig. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab gehuntet? Ja. Oh mein Gott, schau. Bleib versteckt. Ich bin aufgedeckt. Okay. Ich mach weiter. Oh mein Gott. Ich hab ihn gut abgelenkt. Er hat mich nicht bekommen. Zum Glück. So Millimeter waren wir dran. Fuck. Dieses Ding. Nur noch ein einziges Ding. Ich hab's. Oh, let's go. Nice. Zero Point Hunter. Ja. Oh. Über 1300 bekommen. 1200. Ich muss mir vorstellen, am Anfang konnten wir pro Tag nur 1000 Punkte sammeln. Das ist, das geht irgendwie, das Event ist viel zu schnell vorbei. Wie viele Punkte brauchst du noch insgesamt? Ich glaub, so um die 3000 noch was, ne? Ich muss nachgucken. Ähm, bisschen noch. Auf jeden Fall. Ich bin bei 1894. 6.000. Oh, dann brauchst du noch ein bisschen mehr. Ein bisschen. Kolumbina Main. Okay. Die ist nicht mal draußen. Ah, ne, die ist auch noch nicht draußen. Das ist auch eine von der Fatoui Harbinger. Auf Platz 3 oder so ist das. Das müsste jeder wissen. Ja. Zumindest jeder, der den Fatoui-Dingsbumster geguckt hat. Oh, Gott. Ja, da gehör ich nicht zu. Das hab ich nicht geguckt. Ja, diese Kolumbina, das ist irgendwie eine sehr gehypte Fatoui, die irgendwie jeder haben möchte. Aha. Interessant. Und sie kann singen. Ah, okay. Oh, wir sind zu dritt. Let's go. Ja. Alle rauf da. Nico! Ich bin gar nicht mal drin. Nico! Wie, du bist nicht drin? Komm rüber! Nein, der kommt, der kommt, der kommt! Oh Gott. Warum verfolgt der mich? Wer ist denn der Hunter? Ah, Casual. Hm. Äh, äh, äh. Achtung, Achtung, Achtung! Weg da, weg da, weg da! Er hat mich verloren. Der Hunter ist gerade irgendein. Egal, wen der Hunter hat. Ja. Ich. Jo. Komm, wir machen das. Ja. Okay, weg, 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 weg. Okay, weg. Er kommt! Ich glaube, der rennt hinter dir, hm? Wenn du nicht meine Richtung geahnt hast. Er geht weg, er geht weg. Er geht weg. Er ist weg. Ich bin jetzt an der Seite. Ich versuch das mal ein bisschen zu machen. Ich bin auch da. Oh, perfekt. Ja. Ist die Nico da hinten? Wo? Äh, wo ist der? Oh, Scheiße. Der ist direkt vor uns. Wollte ich gerade sagen. Ich sehe ihn auf der Web, aber ich habe ihn nicht gesehen. Nein! Er hat mich! Was wird denn jetzt reingestellt? Oh, Scheiße. Er hat mich aber nicht gefunden. Oh mein Gott, er geht weg. Ja, er bleibt bei mir aber irgendwie in der Nähe. Nein, er hat doch hier hingeguckt. Er hat mich nicht gesehen. Let's go. Ja. Oh mein Gott. Ich habe einfach verstanden, die ganze Zeit hier und habe dieses Ding repariert. Ich habe mich nicht vom Fleck bewegt. Es geht auch. Nein! Er sieht mich nicht. Ich stehe im Busch. Nooo, er hat mich. Geiße. Ich stehe in diesem Scheißbusch hier drin. Ja, pass auf, manche sind Mobile-Gamer und die sehen einfach keine Büsche. Bei denen sind die Büsche aber nicht vorhanden, da musst du aufpassen. Ja, bei ihm anscheinend schon. Das ist gut. Ich hatte schon mal, ich stand so perfekt in dem Busch drin und er hat mich trotzdem gefunden. Ohne Super oder so. Ich mach fertig. Ge-repearn, ge-repearn. Ja. Perfekt. Tschüss. Scheiße, er läuft einfach zu. Ich bin bei so einem Ding. Der werde aber nicht verfolgt. Mit unten? Ich bin auch, ich bin auch. Der sieht dich. Ja. Wenn wir schnell sind, können wir durchziehen. Oh. Das sieht schwer aus. Können wir, können wir, können wir. Nein, er ist da, er ist da. Er hat mich, er hat mich. Er hat mich aber nicht. Und ich hab's durchgezogen. Ja. Perfekt. Ich stand genau vor ihm. Er sieht mich so ein bisschen noch am durchziehen bin, so die letzten Sekunden. Ja. Perfekt. Schön. Oh Gott. Ich liebe diesen Modus. So schade, dass da nicht für immer drin ist. Wir hätten wenigstens machen können, dass man Mora verdient oder so. Wenn man den so casually spielt. Ja. Ich mein, wir brauchen mehr Multiplayer-Sachen in dem Spiel. Ich fänd's, kann man irgendwie, ne, kann man, man kann wahrscheinlich keinen Mora, äh, Mora jemandem geben, ne? Ne. Das wär auch noch geil. Allgemein, wenn das Spiel bisschen online-freundlicher wäre. Ja. Shadow ist auch fertig mit Essen. Hm. Sack. 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 Ich bleib bis kurz eine Uhrwache hier auch. Nee, ich muss scumme... ...also bis nächsten Tag. Ich hab morgens zehn Stunden. Beautiful. Es hält eigentlich auch zehn Stunden, aber ich habe diesen Luxus, dass ich einfach auf den Arzt gehen darf. Ja. Gallbar Schein. Schön. Ne, ich gebe mein Gehirn. Ich gebe falls nicht. Befalls sie. Gebe ich mir nicht. Nee, ich bin Kolei. Hi. Ich bin Kolei. Du bist Kolei. Ja, ich auch. Ich bin nicht Kolei. Wo ist die andere Kolei? Warum bewegst du dich nicht? Ist das falsch? Wir ziehen mal lieber durch. Oh. Pass auf. Ja, ja. Na Gott, der Hunter ist dämlich. Ja. Er bleibt einfach da. Hä? Er ist komplett an mir vorbeigelatscht. Ja, wollte ich gerade sagen. Anstatt er euch hinterher retten. Nein, er bleibt da und versucht die Area noch weiter abzuscannen. Ich gehe wieder weg. Hab das Ding gleich fertig? Oh, perfekt. Let's go. Schön, dass wir auch direkt in dieselbe Richtung wieder laufen. Wir haben nur ein Problem. Der Hunter kommt. Wir können ein bisschen durchziehen. Danach müssen wir weg. Der sieht dich. Der sieht dich. Der sieht dich. Der kommt. Der kommt. Der sieht mich. Der ist aber dämlich. Ich würde auch einmal den Hunter einfach so vorbeigelaufen in die andere Richtung. Ich glaube, er hat dich verloren. Kann das sein? Nee. Ich habe mich nur kurz unsichtbar gemacht. Aber ich laufe ums Haus drum. Das ist der Typ. Doch, der hat dich verloren. Der ist weg. Ich laufe ums Haus drum, aber... Ich repair gerade was. Der kommt noch dazu ganz. Oh, hallo. Ja, der ist mal wieder komplett dämlich, der Typ. Ich liebe es. Oh, hi. Hi. Er ist so dämlich. Ich mache mich unsichtbar und renne einfach in seine Richtung. Das ist super. Let's go. Perfekt. In weniger als ne Minu... Nee, weniger als zwei Minuten. Also... Du wolltest jetzt gehen, oder willst du jetzt noch deine Punkte sammeln? Oh, mir ist es okay. Ah gut, jetzt geht es eh nicht mehr, wenn Shadow kommt. Ich würde jetzt eigentlich bald gehen, aber... Also, du kannst ruhig gehen, wenn du gehen musst. Ich muss... Keiner hält dich hier. Ich muss nicht zwingen gehen. Das letzte Mal sagt er auch, Miko. Ich muss gehen. Zwei Stunden später, der war noch immer um. Das ist immer so. Miko, jede Stunde... Ich muss gleich gehen, ich muss gleich gehen. Stunde später, ja. Ich muss gleich gehen. Naja, ich gehe morgen aber nicht in die Schule. Was? Ich muss leider morgen. Ich gehst morgen. Ja, du gehst morgen was? Ich muss morgen. Danach gehe ich Arzt nach der Schule. Ich gehe während der Schule zum Arzt. Ich hätte übermorgen so oder so einen Arzt-Tabin. Also, ja. Aber den verschiebe ich einfach. Na, nein, nein. Komm. Nein, nein, ich weiß nicht. Ich gucke jetzt, wann der aufmacht. Warte. Ich habe sogar in der Telefonkarte mit reingeschrieben. So, wo haben wir? Donnerstag, 14 bis 19 Uhr. Ich habe... Nee, da sehe ich mich gar nicht. Da sehe ich mich gar nicht. Trau dich. Ja, ich gehe am Mittwoch zum Arzt, richtig. Nur um den Arzt am Donnerstag abzusagen. Was macht ihr da? Warum kann man sich eigentlich zu jedes Event teleportieren außer zu diesen? Eigentlich wusste ich immer zu einem Teleportationspunkt ein sehr neugetraht. Ich gucke nach Essen. Und es sind da Marshmallows, Gubi-Bär und Kekse. Ich hoffe, es ist kein Bock. Marshmallows sind Aram. Da ist Schwein drin. Das ist auch nicht schlimm. Darfst du nicht Shadow sagen, was du da bist? Wenn Shadow mich schon so freut, dann muss ich auch antworten, ne? Oh, okay. Ich glaube, er geht eher darauf ein, dass du ihn rausgeworfen hast. Ich weiß nicht, was er meint. Oh. Das war's für heute. Also wenn ich jetzt so gemein wäre, würde ich einfach sagen, ja ich habe den noch zu sagen und dann kick ich ihn wieder raus, aber das lasse ich mal nicht machen. Sonst verärgere ich den noch. Okay. 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 Ok. Okay. Okay. Das war's für heute. Also ich hab nie jemanden gekickt, das halte ich beim Gerücht. Ja, mhm. Bebo ist mein Zeuge. Ja, der ist mit Genüss gemacht. Bebo? Jetzt sind wir noch Freunde, ne? Kollege. Nein, ich bin Hunter. Scheiße. Und ich hab mich für ein kleines Wesen entschieden. Und ich komme an mit Gene. Nicht mit Sayu, Alter. Sayu. Oh, ich seh jemanden. Ich seh euch. Alter! Nein! Ich bin gerade so reingekommen. Also ich muss sagen, die Runde ging schnell. Ja. Nee, gar nicht. Also es ist echt so, ich war gerade drinnen und bin auf einmal schon gefangen. Ich denk nur so, ich konnte nicht einen einzigen Schritt machen. Und ich glaube, Shadow war auch noch nicht drin. Könnte sein. Könnte sein. Das heißt, es war so, das erste was er mitbekommen hat, er ist gefangen worden. Das ist ja auch eine schöne Erfahrung. Also ich seh es. Ich glaub, es sollte nicht Hunter sein. Ich glaub, der einzige, der mit meinem Ladebildschirm mithalten kann, ist, ist, ist... Scheiße. Kawaki. Genau. Ich hab wieder fast einen Namen vergessen. Ja, alles gut. Passiert. Ich würd dauernd den echten Namen sagen. Ja, äh... Ja, das Verlangen hab ich auch manchmal. Könnt ihr doch. Kawaki muss nur sagen, wie du in echt heißt. Also, eigentlich ist es dumm. Sobald sie dein Name sagt, dann werden wir das schon wahrscheinlich wissen, weil Bebo und mein Name ist wahrscheinlich kein weiblicher Name. Ja. Oh, und du bist Hunter? Ja. Ich, ich versuch's mal wieder. Mein Spaß. Bebo heißt Lisa. Das willst du schon nicht. Sogar Shadow hat dieses Mal einen schnelleren Ladescreen als ich. Ich hab dich gesehen. Ja? Nein? Pfui. Perfekt. Das Hard blieb auch auf Hard. Na, jetzt bin ich weg. Ja, Shadow aber nicht. Also, ich hab irgendwie Cargame made, aber ich zieh die ganze Zeit alles nur alleine durch. Egal. Egal. Junge, ich lauf gegen irgendwas gegen. Okay. Und ich bin wieder zu blöd. Ich bin weg. Ja, ich merk's. Da sieht man, dass ich nicht nur ein flinker Hunter bin. Auch wenn's ein bisschen unfair war. Weil Miko eine Sekunde Reaktionszeit hätte. Und ich war schon da. Bei mir ist grad so ein Sturm. Holy Shit. Was geht jetzt ab? Der war bei uns davor gewesen. Oh, was geht's? Wir haben gleich gewonnen. Wir haben gewonnen. Nein. Man sieht die nur noch beide an einem Fleck gammeln und das letzte Reparieren. Das Lustigste ist, als du gekommen bist, hab ich mich hinter so eine Säule versteckt. Also ich war nicht mal unsichtbar oder so. Genau. Du hast die Arme übersehen, weil die Sterne vorbeigelaufen bist. Und ich bin einfach drüber gesprungen. Also bei mir bist du auch einfach... Einmal war ich einfach so eine Lampe versteckt und es wurde mir die ganze Zeit gezeigt, du bist da, wo ich stehe. Ich hab nichts gesehen. Okay. Und ich dachte mir so, hä? Auch schön. Man braucht einen Shadow als Hunter. Das war eine gute Runde. Ja. Ich glaub, wir haben die Runde schneller wieder beendet, als überhaupt reingeladen hat. Ja. Ja. Das vielleicht nicht, aber... Also letztens war es schon so. Also gegen Shadows irgendwas war der der Einzige, der nicht unsere Taktiken hören kann. Ja. 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 Ach, er ist wieder da. Er hat ein bisschen schlechtes Internet. Ja, ist gut. Besser als gar kein Internet. Oh, sind wir mal auf eine andere Map? Ja. Sieht aus wie eine andere Map, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin beim halben Studio. Oh, wir haben eine andere Map. Let's go. Ja. Nach der Map würde ich dann wirklich gehen. Oh. Ja. Ich bin Hanke. Ja. Schade. Da. Das wollte ich. Warte wohl schon lesen. Oh. Du hast ja auch genommen. Ja. Ja. Sayu-Army. Auf Damage. Aber keine Sayu bei mir. Aber Hunter bei mir. Geil. Moment, ich war. Aber Hunter bei mir. Geh mal weg. Hunter? Nein. Ja, keine Ahnung wer Hunter ist. Der ist bei mir. Gieß du weg. Nico ist Hunter. Bitte. Oh mein Gott. Nico ich hab mich grad nicht unsichtbar gemacht. War direkt neben dir. Du hast mich nicht gesehen. Ich liebe doch Sayu. Du siehst nicht ohne Grund. Und Inazumas Dingsbums dann, Heim-Agent Nummer 1. Nja, ich möchte nicht hochklettern. Besser für dich? Weil da war ich nämlich drauf. Sayu! Sayu! Ich komme, ich komme, ich komme. Renn, renn, renn! Hä? Die hantet mich, perfekt. Die hantet mich, ich bin stecken geblieben. Nein, Sayu! Ich bin so mies blind! Nein, ich bin hochgeklettert, du wolltest nicht hochklettern! Sayu war schon wieder Kumpel aufs andere... Jetzt wollte ich schon Jaiu sagen, ich wollte die ganze Zeit Jau sagen. Jaiu. Ja, hätten wir das hier gerade fertig gemacht? Egal. Nein! Ich bin an dem Baum stecken geblieben! Äh, Upsi, da kann ich nicht landen. Da ist nur heiß. Na? Kann leider nichts sagen, aber Shadow kommt gerade zu mir, perfekt. Der ist groß, das heißt, wenn Miko kommt, handelt sie ihm. Welches ungefähr? Ich lasse mich in Ruhe. I see, wir haben ihn gewonnen. Ja! Junge, sie ist da so lang gelaufen, ich habe mich gerade noch unsichtbar gemacht, bevor sie mich gesehen hat. Ich hoffe, dass sie mich gesehen hat. Also das mit Sayu war sehr gute Wahl auf dieser Map. Ja. Besonders, weil du dich noch aufs Dächer verstecken kannst, da du so klein bist, ist das... Nee. Eigentlich ist das mit ihr ja schon fast Cheaten. Sayu wurde ja auf eine andere Map schon gebannt, soweit ich weiß. Echt? Weil die da einfach unter dem Map glitschen konnte. Boah. Ich glaube, das war Sayu, auf jeden Fall ein kleiner Charakter. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Raus, okay. Er könnte auch Diona sein. Okay, ich verschwinde dann, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich lasse dich mal lieber rausgehen, bevor ich wieder starte. Ja, nö. Ich bin selber rausgegangen. Ich habe mich nicht vor, dich zu kicken. Ach, das ist aber freundlich. Blue Shadow wird gekickt, oder wie? Ja. Ah, ich hab hier so ne Mikro in meiner Lobby. Was? Was? Seid ihr gespawnt? Ja. Habt man einen Bennett gesehen? Ah, perfekt. Niau. Jetzt sind wir bei 24-7. Keine Hunter. Schade. Sorry. Ist aber dumm, dass man nie Hunter wird. Grandy ist leider offline schon, oder? Hm? Ja, Grandy ist schon länger offline. Er hat sich über den Reading Waves Stream beschwert, weil die nur über Essen gequatscht haben. Aber irgendwie sagt jeder, dass der Stream scheiße war. Der Stream war auch nicht gut. Ja. Ich muss auch sagen, der Loading Screen von Waves gefällt mir auch absolut nicht. Diese Berge. Ich würde dann... Die sehen irgendwie so komisch aus. Ciao. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis Danastag. Spätestens. Bis Danastag. Weil ich morgen nicht in die Schule gehen werde. Genau. Ja, das Prümer geht in die Schule. Fünf Bugattis gekauft. Na ja. Gehst du nicht morgen auch in die Schule? Ja. Aber ich bin auch kurz davor, vielleicht Crank zu machen. Ach, geil. Vielleicht ist er ja so nett und lässt mich die ganze Woche so süß. Jetzt habe ich Sayu vergessen zu nehmen. Na egal. Ich habe Sayu. Ich habe einen Hunter, den er mich übersehen hat. Oh, sehr schön. Okay, der Hunter ist wirklich blind. Hallo Kolei. Oh. Der Kolei ist wirklich blind. Gerade. Mit meinem Geek. Irgendwann hat gerade was angefangen, aber irgendwann wieder aufgehört. Ist das frech? Schau mal weiter. Das ist Shadow. Perfekt. Da sind alle hier. Lass mal in dem Trio jetzt hier außen rumlaufen. Wait, I'm small, I'm... Ah, Shadow ist nicht mitgekommen. Warum wohl? Ja, weil er nicht in den Kole kommen möchte. Und warum? Gibt es keinen Grund. Egal, er hat es geschafft. Er ist auch hier. Komm her, Miko. Schnell. Auf anderen Wege zwar, aber wir sind alle angekommen. Ja. Und wir haben gewonnen. Wir haben Gedanken gelesen. Warum bist du eigentlich morgen aufstehen, Miko? Er hat mich heute gesetzt? Ähm, eigentlich um 8. Okay. Und mein Handy ist weg, aber es ist wahrscheinlich auch aus. Nee, es hat immer noch 2%. Lade das arme Ding mal. Äh, nee, das muss ja... Ich lade das in der Nacht auf. Achso. Bin kurz weg nicht gegangen. Aber warte, wir müssen ein Gespräch herlassen. Es ist dann. Ja, es ist dann. Ja, es ist dann. Ja, es ist dann. Oh, wie war es? Ja, es ist dann... Okay. Hallo. Du hast dir neu falsch geschrieben, Gleichheit. Wenn du schon hinter meinem Rücken redest, dann schreib richtig. Und Ju hast du so gesehen auch falsch geschrieben. Ich habe nämlich so geschrieben. Ja. Ich habe es tatsächlich mal falsch in der Englischarbeit geschrieben. Alles gut. Das ist ganz gefährlich, wenn du U schreibst, anstatt Ju in der Englischarbeit. Ja, ich habe deswegen auch Punkt dazu bekommen. We are not in England. Alter, bei mir regnet es gerade so stark, ich kriege den Regen in die Fresse. What the fuck? Mein Fenster ist zwei Meter von mir entfernt. Natürlich bin ich unter dem Dach. Ich lebe mich auf der Straße. Alles gut. Wer weiß, du lebst jetzt neuerdings auf der Straße, weil dein Dach ein Loch bekommen hat. Ich finde Dachdeckel so gruselig. Dachdeckel? Diese Dach, halt die vom Dach, der Dach halt, you know. Ich weiß nicht, wie das räuscht, aber das ist richtig gruselig. So Dachdecken. Dachtiegel? Nein, nicht diese Tiegel, was da drunter ist. So diese... Wer heißt diese, ich weiß nicht. Wie Tumen machst du oder was? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ach, da soll die Waschpern immer gerne sind. Das ist irgendwie aber richtig gruselig. Ich brauche Sayo, wo Sayo? Hallo? Ah, hier ist Sayo. Tu Vaso ist der Hunter, eine Ferina. Ich sehe hier ein Kasuar. Das ist der Shadow. Du könntest separieren, weil er wahrscheinlich jetzt auf uns geht, der Hunter. Ich hoffe, du bist... Ich absorbriere auch. Ah, der kommt gerade zu dir. Dich, du spielst so ein... Wie spielst du eigentlich? Du hast eine Maus, oder? Ja. Ah, okay. Meine Maus ist das beste, aber ein kompletten Gaming-Setup, habe ich im Gefühl. Warum das? Meine Maus kann sogar leuchten. Wow. Wow. Cool, nicht wahr? Fast mein ganzes Setup kann leuchten. Ja, deswegen sage ich, meine Maus ist das Beste von meinem Setup, weil nur meine Maus leuchten kann. Aber leuchten heißt nicht gleich besser. Ja, ich weiß. Aber LEDs, das ist richtig. Also, eigentlich nicht. Das gelobt. Alles gut, das sagt man nur so. Alles gut, das sagt man nur so. Romina, rett mal wieder komplett weg von mir. Let's go. Nein, nicht da wieder. Ja, endlich. Ich habe endlich den Helm bekommen, den ich so lange suche. Mit den Werten Angriff, Flammenangriff, physischer Angriff und Leben. Ja. Als Substance bekommst du gleich beim, wenn du Titan machst, kriegst du wahrscheinlich Frost und Volt. So, war das immer bei mir. Oh, komm, K2H jetzt auf einmal her. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe gleich zwei Sachen gleichzeitig repariert. Ich habe eins, habe ich fertig. Jetzt brauche ich noch eins und eins ist noch vor mir, was so gut wie fertig ist. Ja. Wer ist hier? Zieh doch durch. Ziehst du durch. Gibt das was du, Mikro? Willst du mich verarschen? Mache ich das erste, den ersten Stern? Was kriege ich? Leben. Von drei Möglichkeiten. Joa. Es gibt direkt schon Code zu Wettering Waves. Okay. Einmal Wettering Gift kannst du dann direkt eingeben, Bebbo. Werdig machen. Genau wie Genshin Gift, wow. Weißer Code. Nico hat noch nie Code gelesen. Was? Was? Sie hat erst... Jetzt schon kurz erfahren. Die Livestream-Codes habe ich immer gemacht. Aber nicht die monatlichen. Ah, nee. Ich glaube, Shadows von dem Jufer wird. Ich glaube, Shadows von dem Jufer wird. Was hat der geschrieben? Irgendwas mit Jufer-Po. Ich weiß nicht. Ich habe nicht geguckt. Wer ist er? Ah, wir haben das hier. Wir nehmen... Lisa. Jetzt nicht erst mal einen Typen, der sagt, dass Punishing Girl Waves und Ridding Waves Code Games sind. Würde ich absolut nicht zustimmen. Nö. I mean, Ridding Waves wird schon gut, Digga. Aber der Anfang ist schon wieder absolut scheiße, was die getan haben. Kriegen die eine Epic-Version raus, wo es nicht mehr funktioniert. Wow. Flammenangriff, Flammenangriff, nee. Ups. Flammenangriff? Was ist damit? Ich und Benet sind Freunde. Kommt mal her. Glaubt mal, ich bin beim Hunter. Wir sind Freunde. Händen wir nicht weg. Der hundert nicht. Glaub ich. Am Ende holt es uns gleich alle drei. Ja, mit einem Schuss, so. Kommt mal zum Hunter. Miku, komm mal zum Hunter. Ich sehe den Hunter nicht mal. Der ist, äh... Warte. Ach, da. Wo bist du? Na, da ist Shadow. Ich verpfeife jetzt einfach Shadow. Aber er huntet Shadow nicht. Miku, komm mal zum Vordereingang. Ah, da bist du ja. Hier. Hier. Man kann mit Shadow nicht auf einer Stelle springen. Was ist das denn? Die springt immer nach vorne. Schau mal. Ja, jetzt geht's. Komisch. Oh. Wieso habe ich das Gefühl, der hat das System von diesem Spiel nicht verstanden? Äh, hat sehr wohl das System verstanden. Er teamt uns jetzt, damit wir nicht reparieren. Und wenn wir nicht reparieren, dann... Ja. Hat er gewonnen. Richtig. Ja. Ne, Shadow hat das rechtlich wenig interessiert. Jo, äh... Du hast schon gehört, was iOS 18 anscheinend, äh... Machen kann. Mit A-Tracking und so. Ja, das habe ich gesehen. Äh, das haben sie ja auch angekündigt. Sie machen ja dafür ein extra Event. Ah, okay. Ich verstehe zwar nicht warum A-Tracking, aber let's go. Das heißt, du kannst dein Tablet dann mit deinen Augen steuern. Ja, aber ich denke, das ist eher für die Vision, äh, Pro-Zusätzliche Funktionen. Guck. Dass es der eher ein bisschen besser wird. Hm? Ah, er schreibt weiter. Ich glaube, er kann es noch schreiben, aber er kann es nicht mehr schreiben. Ich glaube, er sollte schreiben, wie you apologize. Ich glaube, er kann es nicht mehr schreiben. Ich glaube, er kann es nicht mehr schreiben. schicken. Hätte er bei dir auch gemacht. Er hat mich bisher auch noch nicht schlafen geschickt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 Müssen natürlich wieder gemein sein. 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 Er hat mit falsch geschrieben, kann das sein? Müssen natürlich wieder gemein sein. Müssen natürlich wieder gemein sein. Müssen natürlich wieder gemein sein. Nein, nein, das ist doch... Müssen natürlich wieder gemein sein. Müssen natürlich wieder gemein sein. Müssen natürlich wieder gemein sein. Ja... Ja... 아마 das jetzt weiß ich Perdue. Ja... Aber ich bin Po�. Ich weiß mir immer noch, dass er in diesem Kreuz kommen wird. Oh, das ist ein Kreuz. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was hast du denn gesagt? Ich hab gesagt, dass der doch nicht in den Call kommen wird. Achso, darauf hab ich doch sogar geantwortet. Ich hab nichts gehört. Okay, hüp. Bei mir war ne ganze Zeit einfach kein Wort aus dem Call. Achso, was hast du schon gesagt? Okay. Okay. Ich frage mich bei echten Seiten. Was? Dieses Walla. Du wohnst in Deutschland und weißt nicht, was das ist? Ich dachte immer, es wird anders geschrieben, aber was das wirklich bedeutet, habe ich nie wirklich verstanden. Sowas wie E-Schwören. Walla, Bogo Video. Ja, das, das höre ich öfters. Ich dachte immer, das wird anders geschrieben. An sich kann man es auch mit W schreiben, soweit ich weiß. Es gibt keine korrekte, wie soll ich sagen, mit unserer Schrift, dass man das korrekt schreiben kann, weißt du? Das ist ja nicht mit unserer Schrift normalerweise geschrieben worden. Ich glaube, es war arabisch, wo das eigentlich war. Das ist ja nicht mit unserer Schrift. Ich glaube, es war arabisch. Ich glaube, es war arabisch. Jetzt bin ich Rassist, weil ich Shadow kaufen möchte. Ich liebe Norddeutschland, alle die nicht Deutschland leben, sind Abschaum, nein Spaß. Ich liebe Norddeutschland. 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 Ich glaube Shadow nimmt das alles ein bisschen zu ernst. Wieso wird er böse? Sag, dass ich ihn kaufen möchte und er sagt, ob ich Sklave meine. Ich sage ihm, du kaufst ihn für Drehkommel. Ich bin Spanns, Spanns! Ich bin Spanns, Spanns! Ich liebe Norddeutschland. Ich liebe anos, Spanns. Das Aufpassen am Ende, der nimmt das noch zu ernst, der mag mich nicht mehr. Meine Schuld wär's nicht. Wie bitte? Meine Schuld wär's nicht. Oh, alle sind nicht worden. Was? Was ist eigentlich eine Friendly Fire Option? Was eine Friendly Fire Option ist. Dass man gegen seine Teammates schießen kann, dass man die töten kann. Also, basically hat er gesagt, dass er gerne mich umbringen möchte in Genjin. Ich glaub, er ist wirklich ein bisschen mad. Er beleidigt mich noch die ganze Zeit irgendwie. Okay. Ich glaub, er nimmt das wirklich zu ernst. Ich glaub, ich sollte ein bisschen aufhören, ihn zu verarschen. Sonst wird er doch wirklich sauer. Aber irgendwie kann ich sehr, sehr schnell Leute sauer machen. Auch nicht. Ja, ich hab keine Lust, die sauer zu machen. Bei dir ist es nicht so lustig. Bei Shadows ist es lustig. Auch wenn er das Glaube-Craft ein bisschen zu ernst nimmt. Um ehrlich zu sein, hab ich noch nie eine Person gehasst. Ich hasse auch niemanden. Es gibt einmal Mögen. Aber hassen tue ich niemanden. Aber nicht Mögen tue ich ein paar Leute. mich nicht so, gerne. Das war's. Ich habe das Gefühl, Shadow ist weg. Ich glaube, er hatte keinen Bock mehr. Kann sein, aber ich denke nicht, dass es einfach geht, ohne irgendwas zu sagen. Du hast ihn vergelagert. Ich habe zuletzt mit einem Emoji geantwortet. Ich habe gar nichts gemacht. Ich war nett und freundlich. Ich habe nur zweimal gesagt, dass ich ihn kaufen möchte. Aber das ist natürlich nur Spaß. Falls du fragst, warum ich rausgegangen bin, ich möchte meine Dailys kriegen. Das macht das nicht mal so aus, man. Das macht das nicht mal. Das macht das nicht mal. Morgen endlich für den Waves. Morgen? Morgen ist für den Waves, ja. Ach, morgen ist Donnerstag. Ja, ich werde aber Mittwoch, also heute werde ich durchmachen und werde das dann spielen, wenn es draus kommt. Ich werde aber nicht so wie Babo durchmachen, dass ich jetzt bis 12.13 Uhr wach bleibe. Ich könnte es schaffen, denke ich mal. Ich muss nur so lange wach bleiben, bis ich durch was. Und in der Schule kann ich nicht einpennen, weil da nur lauter Nervensägen sind. Und ich glaube, es wäre besser, wenn du dich trotzdem wagen, weil ich ja da entschuldigst. Ist er wirklich wütend? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, er hätte es ein bisschen zu ernst genommen, unseren Spaß. Warum auch immer, wie ich halt euch jetzt auf Discord schreibe. Sack, er soll Call kommen. Der war doch nie ein Call. Auf einmal war er ein Call. Hat aber nicht geredet. Ich glaube, es war ja sidesきます. Das war's für heute. das sind wirklich jetzt echt mal ich denke dazu kriegt dazu bringt ist kurz zu schreiben. Ja. Oh, Brandy hat D-Look bekommen. Keine Ahnung wo, aber er hat D-Look bekommen. Okay. Er ist nur online gekommen, um mir etwas zu schreiben und ist dann wieder offline gegangen. Ja, okay. Den wollte er, cool. Wahrscheinlich Wanderer, oder? Ist er wahrscheinlich, ja. Ja, jetzt ist er doch garantiert. Ja gut, und selbst wenn der hat wahrscheinlich eh reingefällt. Ja, wo warst du schon? In William Waves drinnen? Ja. Und was sagst du? Irgendwie finde ich das ganz irgendwie... Ja, das Menü ist nicht geil. Ich mag es irgendwie nicht. Und wie kann man seinen scheiß Benutzernamen endlich ändern? Und dass man jedes Mal nach Server gefragt wird, ist genauso dumm. Wenn ich einmal Europa ausgewählt habe, lass doch Europa drinnen. Nein, die fragen mich jedes Mal, wenn ich wieder reingehe, auf jeden Fall nicht. Welches Server? Oh, aber der Song ist geil. Ich versuche einfach nicht, wer da immer das Gott anzurufen. Weil er eben online war. Was sieht irgendwie verpixtet aus? Das kann man noch ändern. Ja, man kann ja auch noch keine Einstellung machen. Man kann nichts haben. Ja, egal. Werden wir morgen können. Okay. Er hat vor diesem Anruf, glaube ich, nichts mitbekommen. Ja. Okay. Man, ich will spielen! Man hat so diesen Bildschirm und dann kommt, wenn man irgendetwas klicken möchte. Der Release ist dann und dann. Was ist das eigentlich für Server? H-M-T-H-K-M-O-T-D, was ist das? Ich habe Server, keine Ahnung. Aber was ist zwischen C? Keine Ahnung. Australien, keine Ahnung. SE? Ich glaube, ist das ein Amerikaner? Keine Ahnung, was das sieht. Wo weißt du es? Einfach SE oder SEL? SEA. 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 Google einfach. SEA. South East Asia ist das. Okay. Also noch ein Asia-Server. Dann haben wir einen amerikanischen, einen europäischen und dann haben wir noch H-M-T-H-K-M-O-T-W. Keine Ahnung, was das ist. Die Russen werden eh wahrscheinlich wieder alle auf europäische Servern stellen. Ja, wie immer. Wollt ihr in ihre eigenen Server gehen? Genau. Dann nehmen die immer den englischen Chat auseinander, Digga. Man sollte echt mal so einen russischen Server machen. Und Tower of Fantasy, die Russen, die nehmen immer den Chat ein. Den Global-Chat. Da gibt es einen Global-Chat, da kann jeder in der Welt reinschreiben. Da sieht auch jeder in der Welt, zumindest in Europa. Das sind alle, die auf dem Europa-Server spielen. Bei Winter-Race jetzt auch, oder wie? Nein. Winter-Race wird wie Genjin sein, so wahrscheinlich mehr offline. Tower of Fantasy ist halt viel, viel mehr für Multiplayer. Da hast du einen Global-Chat, du kannst Clans erstellen mit 150 Membern. Du kannst gefühlt mit allen Membern spielen. Auf einer Map. So lange ist der Kanal erlaubt. Ja, genau. So lange ist der Kanal erlaubt. Am besten irgendeinen Kanal nehmen, der irgendwo in den Arsch der Welt ist. Keine Gammel planten, easy. Kanal 30. Gibt es sonst noch irgendwas, was man auf dieser Seite überhaupt machen kann? Ja. Würde du Waste, oder was? Ja. Aktuell nichts, nee. Du konntest halt nur das Kartenspiel machen. Habt ihr schon eure Karten geclaimed? Ja. Ne. Ich hab aber keine Goldene genommen. Oh, okay. Ich hab mir die Echse genommen. Die Feuerechse. Ah, ja. Hattest du die nicht in Gold? Ne, ich hatte sie in Blau. Schade. Aber was ich nicht verstehe, hier sieht man irgendwie beide Geschwisterteile. Also anscheinend sind die nicht verschwunden. Also wenn das nur Geschwister sind. Ich sag einfach mal, man sieht beide Main-Character. Auch im Trailer hat man beide gesehen, ne? Wie die zusammen kämpfen. Ja. Einer wird entführt, wir sehen. Wunderbar. Weißt du schon welchen Charakter du nimmst? Ich nimm den Typen. Ich find halt beide mega gut, aber das einzige was mich halt bei den weiblichsten richtig nervt, ist diese Rose an der Seite. Das kann nicht sein, man zieht die über den Arschungel. Wir hätten wenigstens das zumachen können so. Für dieses Dreieck. Er hätt das auch nicht mehr gejuckt. Das hatten die ja sogar am Anfang so, die haben's einfach verändert. Ich find der männliche Charakter sieht irgendwie übel nach Isekai-Charakter aus. Ein Kirito. Ich seh grad, der hat sogar zwei Zöpfe. Die sind mir nie wirklich aufgefallen. Wie der weibliche Charakter, die haben fast die gleichen Haare. Das ist ein Kirito. Das ist ein Kirito. Okay. Bei Laptop muss wieder irgendwelche Updates machen. Wie passend. Wenn du die regelmäßig machst, dann dauert das auch viel lange. Ja, aber ich hätte das letzte Mal, also bevor ich wieder angefangen habe... Du hast jetzt einen Update gemacht? Ja, aber bevor ich den da verwendet habe, habe ich den gefühlt seit Jahren nicht mehr verwendet. Ich bin erstmal kurz weg. Hm? Okay. ... ... ... ... ... Das war's. Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Hey, bist du schon drin? Nein. Nur kurz ein Video. Ich guck Video. Ich hab echt schon Bock auf das Spiel. So wird der Start dann aussehen. Hat man ja schon gesehen. Ja, natürlich zu schön wäre ich noch drin. Na gut, im Fullscreen hat das sehr verdächtig ausgesagt. Hauptsache das hat noch fett IGN. Was ist die Synchro, Mann? Warum reden die nicht? Ich verarsch grad mein Kumpel und sagt, das Game ist schon online, weil ich den grad so ein Bild geschickt hab. Also Hösle war nicht so seit 44 Minuten. Aber wir wenden, der kommt gleich Korn und sagt, sieh, lass mal spielen. Warte, den müssen wir dann aufflaxen, den müssen wir so ein richtiges Gameplay zeigen. Nee. Wir brauchen voll Gameplay. Ja, genau. Das sieht doch gut aus, oder? Ja. Auch wenn die Qualität scheiße aussieht. Ja, aber du bist da Level 1, das kommt besser rüber. Das wäre echt kipp wie ich spiele. Aber warum gibt's keine Synchro, Mann? Ich hoffe, die haben das in echten Game gefixt. Ich hab noch nie Story-Gameplay gesehen, ne? Noch nie. Nee. Boah, die sieht gut aus. Ich kriege den Korn im Türen. Okay. Was mich etwas stört im Ganzen, ich finde die Gegner sehen nicht wirklich sehr spannend aus. Warum? Die sind so eintönig gehalten. Wir haben einen Ska, der sieht als Gegner gut aus. Ich hoffe mal, dass wir wirklich noch mehr Gegner sehen, die nicht alle in diesem Style sind. Weißt du was ich meine? Ja. Ich glaube, das sind so die Storygegner. Also die wahrscheinlich vom Anfang genommen. Ja. Ich muss sagen, es sieht aber gut aus mit dem Kämpfen. Vom Kämpfen her finde ich es richtig gut. Mich nervt gerade die Qualität, warum sieht das so komisch aus? Was spielt ihr? Hm? Was das für ein Spiel ist. Wird in Graves? Gerade bin ich jetzt etwas verwirrt. Was denn? Ich bin verwirrt, wie du es spielen kannst. Das frage ich mich auch. Dabei hieß es erst in ein paar Stunden. Aber wo ist die Synchro, man? Hallo? Sind wir hier in Gänschen oder was? Ja, wo soll ich es lesen? Hä, aber jetzt echt mal ne gute Frage, wie kannst du das spielen? Hä, du? Hilf mir. Hä, wie? Es gibt da so ne Internetseite. Die kennst du eigentlich? Die heißt YouTube. Oh. Hauptsache ganz auffällig, da hat sie einfach ne Katzchen geskippt. War auf einmal mitten in der Stadt und dich hat das gar nicht interessiert, oder was? Ne, in mich? Ja, aber Beppo dachte auch am Anfang, das Spiel das Spiel. Obwohl ich ein anderes Game-Dop fand und da steht fest so IGN. Da bist du, ey, wie kannst du spielen? Ja, keine Ahnung. Die sind auch schon gesehen, die kamen da einfach auf den Baum. Das ist ja Skars Schwester oder so, ne? Die sieht cool aus. Möchte ich haben. Das heißt, du wirst auch direkt... Alle, die du siehst, kriegst du voll viel, ne? Am Anfang. Die ganzen vier. Die ganzen vier. Ich hier. Ja. Also außer dem Maincrack, den kannst du dir natürlich aussuchen. Ja, ich meinte die, die auf dem Baum saß. Ne, die nicht. Das ist Skars Schwester oder so. Ich glaub, die wird erst Pulebel, wenn man die besiegt hat oder so. Ich denk mal, das wird so ein Wanderer-Ding, dass du die besiegst und dann wird's immer gut und dann kannst du sie in dein Team holen. Ja. So wie Schwester oder so. Ja, da hat man den ersten Charakter bekommen. Ein Training-Pistol. Dass steht. Jang-Jang sieht am besten aus, meine Meinung, von den Anfangs-Chars. Aber die Stadt siehts richtig geil aus. Ja, ja. Was gibt man da irgendwie richtig Tora Phenasy-Vibes, ich weiß nicht warum. Ja, moin. So eine goldene Story-Quest-Line, wo du so zur Story immer hingeführt hast. Sieht cool aus. Was lustig wird, ist... Ich hab noch gar nichts gesehen. Ich glaube, Miko, das ist für dich auch das erste Mal, dass du Story oder so siehst, ein bisschen, ne? Ja. In zwei Wochen darauf können wir schon wieder UID hunten. Wie bitte? Zwei Wochen danach können wir schon wieder UID hunten. Oh. Send es? Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich da UID hunten, Digga. Also eigentlich juckt mich diese UID so gar nicht, aber... Ja. Ich würde trotzdem mal gucken, welche UID ich bekomme, wenn ich direkt am Anfang mit dabei bin. Ich werde es einfach auf Handy, iPad und auf PC versuchen, auf allen drei Geräten gleich zu sein zu kommen. Einer von denen wird dann am Ende reinkommen. Bei was? Würde ich ein Rave. Der will ja UID hunten. Das heißt, er will den Dietrich UID haben. Was... Das bringt gar nichts. Es ist einfach ein Frags. Wenn ich lasse, ich am Ende Shadow für mich online gehen und dann hat er, äh, kann er für mich eine gute UID holen. Wird Shadow überhaupt das Spiel spielen? Keine Ahnung. Swingen. Also zuletzt, wo ich... Mein letzter Stand war, dass er das Spiel dumm gemacht hat. Und dass er wahrscheinlich eh nicht switchen wird, weil er ja nicht ein Genjin hat. Ja, bald nicht mehr, bald nicht mehr. Wir switchen alle Würdinger Waves. Ja. Da muss er wechseln. Alter, er hat Timmy's Tauben getötet. Das ist die neue Brücke, Mann. Ich glaube, ihm geht es aber auch in erster Linie auch sehr darum, da wo ich bin. Und das, was ich spiele. Ja, komm, Würdinger Waves. Jetzt kommt er auch. Ich spiele Minecraft. Minecraft. Wieso, komm, lass uns alle Minecraft spielen. Ich habe zwar Minecraft, aber... Aber? Ähm, ja, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Guckst du hier, Scoring Board, einfach über 3000 Stunden in Minecraft. 3.000 ist noch zu wenig. Ja, ja. Ich hoffe, dass es dann im richtigen Game, dass die Leute Synchro haben. Ach, nee. Die haben ja gar nicht. Die haben ja aber auch erst sehr spät die Synchro bekannt begeben. Also ich denke, im Originalgame wird dann Synchro da sein. Ja. Ich hasse es. Was? Boah, es sieht aber richtig gut aus. Ich bin kraftig, ja? Mhm. Ich hasse... Ich hasse es. Ich hasse es. Bei wo? Ja? Ja. Ja, so ist es eigentlich gemacht mit dem Problem auf PC. Welches Problem? Hast du es nicht auf PC untergeladen? Äh... Ach, das wollte ich auch noch machen. Noch nicht. Ich warte, ich guck mal. Ach so, ja. Epic Games hat ja ein Problem aktuell. Oh, sag mal. Oh, okay. Du kannst, du kannst das Game über den Epic Games Launch ja nicht starten, nachdem du es untergeladen hast. Und zwar musst du in die Daten-Files reingehen und den manuell launchen, den Launcher. Da gibt es zwei Launcher. Einmal Launcher Epic und einmal Launcher. Du musst einfach den Launcher starten, damit du es bespielen kannst. Luna war schon richtig abgefuckt, dass das nicht ging. Und hat dann einfach den Donut abgebrochen. Bitte einmal eine Erklärung, damit auch ich es überstehen kann. Ich kann dir ganz basically einen auf ganz schlau machen und dir einfach was rüberschicken. Und dann hast du es ohne großen Faxen. Du kannst das Game starten. Wenn das geht, ich weiß es nicht. Ich probiere mal. Kann ich das verschicken? Ich mach dieses Epic-Dingsons-Ding da. Ach so, zum Runterladen? Ja, nicht mal das Ding lädt. Gibt es? Ich lade mir einfach die Software direkt bei Ihnen runter. Gibt es nicht? Doch. Gibt es nicht. Doch, ich habe es gerade gemacht. Hä? Ich habe vorhin geguckt. Ich habe es gerade gemacht. Hier, guck. Ich kann dir gerne zeigen. Ich bin gerade drin. Wo kann ich es runterladen? Nein. Hä? Wieso hast du nicht? Nein. Hä? Hallo. Wieso kannst du nicht? Ah, hier. Jetzt ist es was Neues. Windows. Nein. Ich habe es runter. Aha. Na egal, jetzt habe ich es über Epic Games. Das ist unkomplizierter für mich jetzt. Ja, der Link ist weg. Äh, hast du Epic Games? Ja. Dann geh einfach da rein und gib World in Wales, dann kommt das schon. Ja, aber das Ding, der hat ja nicht mehr geladen. Google Play Games, was ist das denn? Das ist doch Google Play Store, oder nicht? Das ist doch das gleiche wie hier. Warum wird das zweimal verlinkt? Das nimmt doch gar keinen Sinn. Nein. Sind die dämlich? Na ja, mal gucken, wann die, äh, die Epic Games variante fixen. Weil wenn man es weiß, dann ist es ja nicht schlimm. Sag mal so, ich schlade meistens immer gerne den Launcher separat runter. Weil, wenn ein Problem mit der Hauptseite ist, wie jetzt in dem Fall Epic, das kommst du so nicht direkt ran. Okay, dieses Epic Games-Dings-Sitzer hat wirklich ein großes Problem. Ich kann dir auch einfach schnell den Donut-Link schicken, warte. Von der, äh, normalen Dings. Also von der nicht Epic Games-Variante. Und mein Laptop und meine Kopfhörer haben auch ein Problem. Egal, ich mach es irgendwann später heute und geh jetzt schlafen. Weil ich glaube, das soll ich wirklich machen. Eine Kopfhörer geben auch den Geist auf. Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber der eine Antagonist finde ich richtig cool designed. Der Ska, oder was? Ja, der im roten Anzug. Ja. Das ist ja die ganze Zeit die Schwester, von der ich geredet habe. Ja. Also zumindest vermute ich das. Was ist die Schwester? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich geh aber mal davon aus. Die chillen zusammen, die sehen fast gleich aus. Beide böse. Aber ich denke, das ist nur eine versteckte Form von denen. Um nicht direkt aufzufallen. Dass die eine menschliche Form nehmen können. Einmal schlafen und dann bin ich da. So hätte es jetzt mein altjähriges Ich gesagt. Einmal schlafen und dann... Oder den Waves. Und der Weihnachtsmann. Jims. Mein luxemburgischer Weihnachtsmann, der mir dann direkt... ...den ersten Gacha-Skin paid, ne? Nächster. Ich hab doch gesagt, ich liebe Franzosen. Ey, Bebo. Wir sind doch beste Freunde, oder? Frag Shadow, vielleicht zahlt er dir. Na, 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 na. Den muss ich ja selber kaufen, Bro. Mate. Mit arabischem Pfund. Ja. Digga, ich glaube, der war wirklich wert. Holy shit. Wo wir eigentlich nur Spaß gemacht haben. Ich glaube, der hat das viel zu ernst genommen. Er ist einfach gegangen. Ohne was zu sagen. Ja gut. Wenn er ein richtiger Ägypter ist, dann werden die auch sehr schnell auf die Palme kommen. Ich weiß noch, da hat er irgendwas gesagt. Du bist ja viel zu ernst. Ey, du nimmst ja auch nicht alles ernst, was ich dir, was ich dir, was ich gegen dich sage oder so. Das ist wie Franzose. Du weißt ja, dass es nur Spaß ist. Also hoffentlich nicht, dass du denkst, dass ich irgendwas gegen Franzosen habe. Wie gesagt, mir wäre es noch scheißegal, ich hasse Franzosen. Du lebst in Frankreich, du bist Franzose, du darfst das nicht sagen. Du darfst dich dein eigenes Land hassen, wo du wohnst. Das geht nicht. Das ist mal eine doppelte Staatsangehörigkeit. Das geht nicht. In Deutschland kann man keine doppelte Staatsangehörigkeit haben. Echt? Aber in Luxemburg, in Frankreich, Italien, in vielen Ländern kann man eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Ich war am überlegen, ob ich mich da anmelde. Dann habe ich es aber doch lieber gelassen, weil ich keinen Bock auf Stress habe. Keinen Bock auf dies und das. Keinen Bock auf, dass das Game scheiße wird, wenn ich das nur eine Worte spiele. Mann weiß nie. Aber ich habe Vertrauen in das Spiel, dass es gut wird. Das kann auch wieder so ein Ding werden, dass es am Anfang scheiße ist, aber sich dann später besser entwickelt, wie bei den meisten Spielen. Das hatte ich zum Beispiel bei Tower of Fantasy. Ja, Tower of Fantasy war am Anfang auch wirklich nicht das geilste Game. Ich finde es geil. Die haben wirklich den Zoom genommen, wo sie im letzten Cinematic Player genommen haben. Ja, ja. Genau. Das sehe ich auch richtig gut. Mal sehen, wann die Server online gehen. Ich habe irgendwie ein bisschen gebefürchtet, dass das über ein bisschen vorher sein wird. Ja, ja. Wir haben auch gesagt, pre-download 12 Uhr. Wann war es? 7 Uhr morgens. Ja. Ja. Pass auf, dass du die richtige E-Mail nimmst, weil die schreiben auch nochmal, dass Account-Sharing, dass sie das nicht tolerieren. Das habe ich gelesen, ja, aber nicht in der E-Mail. Ja, nicht mit welcher E-Mail du dich anmacht. Warum? Weil sonst kriegst du wieder solche Probleme wie bei Engine. für danach die E-Mails ertauschen. Ach so, ja, ja. Ich habe zwei Accounts direkt gemacht. Soll ich auf beiden versuchen, OIDs zu bekommen? Ja, die zwei. Einen will ich ja männlichen Charakter und einen will ich weiblichen Charakter machen. Dann will ich mich nochmal entscheiden. Ich habe auch zwei Accounts, aber ich hatte es nur gemacht wegen den Aschos. Okay. Die Aschos untereinander tauschen zu können. Das ist smart. Ich habe Freunde gehabt, mit denen ich das machen konnte. Ich sehe gerade, du bist gar nicht im Event drinne, du Ortschloff. Ich habe das in zwei Channels reingeschickt. Einmal in den normalen Chat und einmal in den William Graves Chat. Das ist perfekt. So, bei mir ist es installiert. Alles läuft. Ist aber jetzt frech, dass die aus dem nicht jetzt einen normalen Link gemacht haben. Aber was eigentlich mit Account überarbeiten, kann man das jetzt endlich mal seinen Benutzern ändern? Ich habe immer noch dieses 5, 0, was weiß ich was. Ja gut, das wirst du erst können machen, sobald. Weil ich habe ja auch ein Dingskonto, ein Kuro-Game-Konto. Und da konnte ich auch noch keine Verknüpfung machen. Wo findet man dieses Kuro-Games-Konto? Bei Kuro-Games.com. Aber das kriegst du schon automatisch, wenn du Punishing Grave gezockt hast, dann hast du auch automatisch ein Kuro-Game-Konto. Hatte ich ja auch. Hattest du deinen Account gelinkt mit deiner E-Mail-Adresse? Eigentlich schon, ja. Dann müsstest du eigentlich schon einen Kuro-Game-Account haben. Deswegen war mir das auch so komisch, als ich mich das erste Mal auf der Wörterung-Wabesite eingeloggt habe. Habe ich einfach mein Passwort eingegeben, was ich immer eingebe, und es hat funktioniert. Deswegen war ich am Anfang verwirrt, warum das geklappt hat und ich nicht noch ein Passwort setzen musste. Als man sich einloggen konnte mit seinem Account, weißt du? Ja. Als ob das Echo-Game kam, war das. Ich kann nichts lesen, hier ist alles auf Japanisch, geil. Oder chinesisch, ich hab keine Ahnung. Wir haben da einen höchsten chinesischen, das ist eine chinesische Firma. Egal. Uh, Games.com, ne? Ja. Ja. Aber irgendwie finde ich da nichts. Kuro-Games. Ja, da bin ich auf einer chinesischen Seite. Hier ist auch anscheinend nichts zum übersetzen. Da bin ich auf alles rauf, aber ich kann nichts. Hat Kuro-Games dann für Deutschland deine Adresse? Dann? Ich für Luxemburg immer überkommen laufen muss. Ich hab's ja auch raufkommen. Aber bei mir ist die Seite komplett chinesisch. Ja. 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 Da. Ja. 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 Vielen Dank. Ganz komisch. Ich mach mich aber erstmal offline. Okay, dann. Äh, ja, falls ich doch irgendwie zu lange wach bleibe, dann mach ich auch einfach mit dir durch. Falls ich jetzt nicht einpennen kann. Kein Stress. Dann schreib ich dich einfach nochmal an, ne? Ja. Also aufpassen, ne? Du meinst ja, du bleibst ja die ganze Zeit da. Ich weiß nicht, ob du jetzt am PC bleibst oder was anderes machst. Aber falls du am PC bist, dann bin ich nochmal da. Na gut. Dann bis morgen. Äh, bis später. Ja. Falls... Ja, wenn nicht, dann bis früh später. Ja. Dann werde ich vielleicht wieder in der Stunde kommen oder so, wenn ich nicht einpennen kann. Bis heute. Ich werde jetzt ein bisschen Bett liegen und Anime gucken. Mal gucken. Bis denn. Bis für Rückenweiß. Bis zum nächsten Mal. Ah. Ähm... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein Schweizer. Das ist ein Schweizer. Das hat die Schweizer geliefert. Den hatte ich schon ins Bild. Du kannst auch ihn bestellen. Schon in der französischen kann man sein, bestellt. Warte. Du kannst dann 3er Du kannst dann 3er so 400 Okay, die Insel wird dann nicht mehr drin. Du kannst dann auch Modumgriff bestellen. Ja. Nöcht. Du kannst dann dann wieder sort aus drei drei zwei drei Hör V Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.